Ich bin Huck. Huckaberry Finn. Mark Twain. Ich schreib Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl. Hucky, der Daffer ist da! Huckaberry Finn! Wuhuu! Ja! Au! Voll um die Zöl! Dieser Schatz von Indiana Joe hat mir kein Glück gebracht. Mein Sohn Huck, der ist reich. Sechstausend. Wieviel macht das? Für jeden. Sechstausend durch vier, das sind 64.000! Sheriff, Huck und Jim sind verschwunden. Tun Sie was! Das sind böse Männer, Huck. Der fieseste von ihnen ist mein Alter. Er will den Schatz. Er ist hinter mir her. Versteck dich! Ich hab ne Idee. Ich bin Sarah Williams, Ma'am. Wora hast du so Lügen gelernt? In der Schule natürlich. Ich geh nach Ohio. Und wie willst du da hinkommen? In Mississippi runter, bin dann den Ohio rauf in die freien Stadt. Ich werde frei sein. Guten Abend. Arschmann mal! Der Dampfer! Los, Beilung! Ich bin Ludwig der Siebzehnter. Ich bin Huck der Erste. Und mein Vater dem Allerletzten und meiner Mutter der Unbekannte. Ah! Ich hab's gewusst! Huck! 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 Boppa! Huck! Huck! Untertitelung des ZDF, 2020